Herzlich willkommen hier im Autohaus den Oklu. Mein Name ist Sven Ludwig. Ich darf Ihnen heute einmal diesen blauen Opel Grandland vorstellen aus dem Modelljahr 2021. Zur Ausstattung LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne und hinten, Bicolor-Alufelgen und den Innenraum schauen wir uns gleich einmal gemeinsam an. Im Fahrzeuginnenraum haben wir einmal das Multifunktionslenkrad, welches behaltbar ist mit Tempomat und Limiter, Freisprecheinrichtung, in der Mitte einmal das Navigationssystem, Sitzheizung für die beiden Vordersitze sowie Belüftung, zwei Zonen Klimaautomatik und das Automatikgetriebe. Sollten Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Fahrzeug bei uns auf dem Hof haben, können Sie mich gerne telefonisch erreichen. Autohaus Inoklu, die Familie Inoklu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch.